Hey, ich bin's, der Stefan von Projekt K. Köhe für Freihaben und in diesem Video siehst du, was diesen Monat bei uns so alles los ist. Ein ganz neues Format haben wir gestartet, Bibel und Bier. Das Konzept ist ganz einfach, man trifft sich in einer Gaststätte oder bei guten Wetter in einem Biergarten. Ja, was macht man da? Man trinkt ein kühles Bier und man redet, man redet miteinander. Ja, Stammtischgelaber. Aber man hat ganz konkret ein Thema, ein Thema aus der christlichen Religion, aus der Bibel vielleicht. Und man redet einfach. Was denkt man darüber? Was findet man gut daran? Was für Erfahrungen hat man? Was versteht man nicht? Was findet man sogar richtig blöd? Es gibt keine Tabus. Man kann alles sagen, auch kritische Gedanken. Und in unserer WhatsApp-Gruppe sind wir bereits zehn Männer, die Bock haben, sich zu treffen und ein Bier zu trinken und einfach mal freischnauze über den christlichen Glauben bzw. über ein Thema des christlichen Glaubens. Das kann zum Beispiel Leid auf der Welt sein oder es kann sein die Jungfrauengeburt oder es kann sein irgendwie Gebet oder was weiß ich. Warum gibt es so viele christliche Konfessionen, katholisch, evangelisch, bla bla bla. Ganz verschiedene Themen und einfach freischnauze, ohne Tabu über diese Themen zu reden. Und ich glaube, wir nehmen davon was mit. Wenn du Interesse hast, dann schau auf unsere Homepage, wann der nächste Termin ist. Am 11. Mai, da starten wir wieder mit einer neuen Runde unserer Spiele-Treffs in der Ute-Stritt-Matter-Straße, Haus Nummer 6 in Freihamm, in den Genossenschaftsräumen der Wogenow. Kommt vorbei und bringt ein Spiel mit oder wenn ihr kein Spiel habt, dann ja, wir haben genug Spiele da. Einfach eine coole Zeit miteinander haben, sich kennenlernen und spielen und Spaß haben. Kommt ihr alleine, nehmt eure Kinder mit, kommt als Familie, kommt alleine, kommt als Senioren, kommt als junge Leute, kommt als Teenager. Egal wer du bist, komm vorbei. Spielen verbindet. Wäre richtig cool, wenn ihr kommen würdet. Von 15 bis 18 Uhr am 11. Mai in der Ute-Stritt-Matter-Straße 6 in Freihamm. Kulturschock-Bibel. Wie kann ich die Bibel lesen, ohne dabei verrückt zu werden? Das fragen wir uns. Am 12. Mai von 15.30 bis 17 Uhr in den Räumen der Evangelischen Kirche in Neu-Aubing, Limesstraße 85. Raphael Kunz haben wir eingeladen. Der war jetzt schon zweimal bei uns. Der Pastor und Theologe Raphael Kunz, der kann richtig cool erklären, wie die Bibel entstanden ist, was die Bibel ist und wie wir die Bibel lesen können, ohne dabei verrückt zu werden. An dem Tag ist Muttertag und darum gibt es für alle Frauen, die kommen, ein kleines Geschenk. 12. Mai, 15.30 bis 17 Uhr in den Räumen der Evangelischen Kirche Neu-Aubing. Als Vater weiß ich, dass es gar nicht so leicht ist, mit seinen Kindern über das Thema Religion und Glauben ins Gespräch zu kommen. Vielleicht betet man vor dem Schlafen gehen und in Gesprächen mit anderen Mamas und Papas, da kriegen wir ganz schnell heraus, ja, es geht nicht nur uns so. Darum haben wir uns etwas ausgedacht, eine christliche Wundertüte, man könnte auch sagen, inspiriert von einem Happy Meal von McDonalds. Da haben wir Rallye in der Tüte gestartet. Das ist eine Tüte und da ist was drin. Da ist ein kleines Spielzeug drin für die Kinder, da ist eine kleine Süßigkeit, da ist ein kleines Getränk drin für die Kinder und es ist auch ein christlicher Comic drin. Und es sind Fragen drin, die uns helfen sollen, mit unseren Kindern über das Thema, ja, des christlichen Comics zu reden. Das sind Bibelgeschichten und dann kann man reden, was hat das mit unserem Leben zu tun, was, ja, verstehen wir oder verstehen wir nicht in der Geschichte und was, ja, was kann diese Geschichte uns sagen. Wenn du Interesse hast, dieses, ja, diese christliche Wundertüte, Rallye in der Tüte zugestellt zu bekommen, in Freihaben, Aubing oder Neu-Aubing, dann melde dich einfach über unsere Homepage. Und was noch gesagt werden sollte, einmal im Monat kommt Rallye in der Tüte raus. Vielleicht sagt ihr, ah, ihr von Projekar, ihr habt so unheimlich viele Kleingruppen, aber ich sehne mich schon auch mal nach einem klassischen Gottesdienst. Ja, wir sind ja gut vernetzt und unter anderem auch mit der evangelischen Gemeinschaft in Puchheim. Das ist eine christliche Gemeinde, die Projekar unterstützt. Und da werden wir sein und die Predigt halten am 28. April um 10 Uhr. Das ist dieser Sonntag. Und am 12. Mai, das ist Muttertag. Da werden wir auch die Predigt halten. Also wenn du Bock hast auf einen modernen christlichen Gottesdienst mit guter Musik, mit einer ansprechenden Predigt, mit netten Leuten und mit uns von Projekar, dann komm vorbei in die evangelische Gemeinschaft in der Boschstraße 7 in Puchheim. So viel von uns. Ich freue mich, von dir zu hören. Besuche uns auf www.kirche-für-frei-haben.de. Bye, bye.